Hallo Leute, heute ein ganz toller Sprecher Björn Schaller. Hallo Björn! Hi, hi, hi Freunde! Alles Roger in Kambodscha. Okay, sogar mit Reim. Sag mal Björn, wofür kennt man dich denn? Man kennt mich als Charlie Hunman, Jack Stellar, also der auf dem Motorrad, dann den alten Wikinger Ragnar Lodbrok oder auch V aus dem Computerspiel, dann noch Sean William Scott, der alte Stiffmeister und noch ein paar mehr. Und viele fragen ja auch nach Zeichentrick oder Anime. Hast du da irgendwas gemacht? Mh, Anime, ja, ich bin der Meister des Schilds, Mr. Naofumi, Naofumi heißt er genau, und hab noch so ein paar andere Sachen früher mal gemacht. Ich war auch mal ein paar Drachen in meinem Leben. Ein paar Drachen. Und du machst ja viel Regie, glaube ich, ganz tolle Kinofilme hast du gemacht. Ja, ich hab ein bisschen so da oben in den anderen Galaxien rumgekämpft, dann hab ich auch mal ein bisschen, ich hab eigentlich viele Franchises bedient, die man so kennt. Ihr müsst ja selbst nachgucken, ja, weiß ja selbst schon mehr. Tschüss Leute, macht's gut! Tschüss!